In jener guten alten Zeit, die auf immer verloren scheint, damals, 2019, als das Wünschen noch half und es so etwas wie ein öffentliches Leben gab, versammelten sich im kleinen, verschlafenen und laute Büchner abscheulichen Gießen eine Handvoll Kulturschaffender, um eine Literaturzeitschrift zu gründen. So entstand Georgette. Georgette! Und der ersten Ausgabe, mittlerweile kostenlos als E-Book verfügbar, folgt heute endlich Nummer 2. Dahinter endet der Weg im Moor. Ein Themenheft voller Hexenmächte, fragwürdiger Fleischspeisen, Friedhofsgeflüster, düster Lyrik und mehr. Und von den acht vertretenen AutorInnen bekommen ihr gleich vier zu hören. Wir wünschen viel Vergnügen bei unserem Online-Millies. Und nicht vergessen, dies ist eine digitale Veranstaltung. Die Masken können ruhig abgesetzt werden. So genau. Und dann können wir über Seven-Sach Franco aus der Weltbeauftichten. Und dann können wir in dieses Video machen,